Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Heute wieder ein Update zur Mullen-Aktie, zu dem E-Fahrzeug-Hersteller mit Batteriesparte. Mein letztes Video, was ich hochgeladen habe, habe ich nach ungefähr 10-15 Minuten wieder vom Netz genommen, weil ich der Meinung war, es war eine Fehlinformation und zwar ging es um die 252% Short-Interest, die ich da angegeben habe. Wenn man die jetzt wieder durch 25 teilt, weil ja der Reverse-Split 1 zu 25 stattgefunden hat, kommt man wieder auf die 9%. Das heißt, 9, noch was. Das heißt, dass die 242% Short-Interest bei Fintel damals vor ein paar Tagen ja nicht aussagekräftig waren, weil sie nicht angepasst waren an den Reverse-Split. Deshalb habe ich das Video wieder runtergenommen. Es gibt einige, die es gesehen haben. Ich glaube, in den 15 Minuten hat es schon 200 Aufrufe gehabt. Das heißt, ich war nicht schnell genug, um es runterzulegen, aber jetzt wisst ihr, warum ich das runtergenommen habe, das Video und warum es nicht mehr aufrufbar ist. Mit dem Short-Interest ist ja so eine Sache. Wir haben, wie gesagt, zu derselben Zeit, als ich das Short-Interest bei Fintel bei 242% gesehen habe, lag es bei Ortex bei 125%. Das habe ich bei meinem Video auch noch mal erwähnt, bei meinem letzten Video. Und deshalb hat es für mich nicht so gepasst, weil ich ja gesagt habe, okay, diese 242% passen ja irgendwie, wenn man so durch 25 teilt, aber die 125% wenn man die 25 teilt, passt es ja wiederum nicht. Und deswegen war für mich da irgendwie so ein bisschen ein Durcheinander, sodass ich das Video erstmal hochgeladen habe, aber habe mir dann noch überlegt, naja, bei Fintel passt es ja und deshalb habe ich es wieder runter gemacht, das Video. Und jetzt ist es nicht mehr sichtbar. Allerdings ist das Short-Interest weiterhin ein Mystikum, würde ich sagen, weil es hier bei Ortex wieder bei 321% lag. Das ist wahrscheinlich auch wieder nicht bereinigt. Wenn man das aber jetzt wieder durch 25 teilen würde, kommt man wieder nicht auf die 9,6. Und dann kurze Zeit später war es dann auf 12,61% und das würde dann wieder zu hier zu passen. Ja, also es ist ein Durcheinander, also wenn man die jetzt wieder durch 25 teilt, kommt man auf diese 12,6. Und das müsste dann jetzt das tatsächliche Short-Interest sein. Gehe ich mal davon aus, dass es so ist. Auch gestiegen natürlich im Gegensatz zu dem Short-Interest, wie es vorher war, bei 9,6% oder sowas. Jetzt sind wir bei 12,61%, was natürlich extrem hoch ist und hier ja für einen Short-Squiz sorgen könnte, wenn die richtigen Impulse kommen. Auf jeden Fall Short-Interest. Die Meldung, meine letzte Meldung war, wie gesagt, eine Fehlinterpretation. Aber dadurch, dass natürlich so viel durcheinander war, auch bei Ortex und bei Fintel und überall kann sowas schon mal passieren. Also wir gehen davon aus, dass diese Werte jetzt stimmen. 17,91 Millionen Aktien sind Short. Das entspricht 12,61% von dem neuen Free-Float quasi, der jetzt quasi mit einem Reverse-Split von 1 zu 25 geschehen ist. Wir haben, die Kosten zum Laien sind auch recht hoch. 157% die durchschnittlichen Kosten, die höchsten 330, niedrigsten 11,94. Soviel erstmal zum Short-Interest und da, wie gesagt, bitte ich Sie entschuldigen, dass ich mich da vertan habe und da zu schnell, so einen Schnellschluss da quasi geliefert habe. Gut, wir haben eine hohe Short-Quote nach wie vor bei der Molen-Aktie und der Kurs ist heute jetzt vorbörslich auch schon untergegangen, 1,44 US-Dollar. Ich kann mir mal vorstellen, dass jetzt versucht wird, den Kurs auf 1 US-Dollar runterzudrücken. Also hier wird geshortet wie verrückt weiterhin. Und das hängt mit Sicherheit hier damit zusammen, weil die Hedgefonds bzw. Short-Seller natürlich hier Probleme auch haben, ihre Gewinne zu realisieren, zu covern, weil natürlich auch die Kurse recht hoch sind von den Apes quasi, die hier auch mit drin sind. Und dadurch ist es wahrscheinlich schwierig sein wird, die ganzen Short-Aktien zu covern, zu einem niedrigen Kurs. Und dadurch geht ja natürlich Geld verloren, wenn die jetzt sagen wir mal durch das Covern den Kurs nach oben drücken und dann ist natürlich für die auch nichts gewonnen, weil dadurch im Endeffekt sie ja wiederum an Gewinnen verlieren und kommt ganz darauf an, wie hoch sie drücken, kann es dann zum Short-Squeeze kommen. Und das wäre natürlich dann auch schlecht wieder für die Short-Seller. Das heißt, die Short-Seller sind auch in einer verzwickten Situation. Sie haben Gewinne, die sie noch nicht realisiert haben. Und die können sie natürlich dann nur realisieren, wenn sie die Aktien vom Markt kaufen, die leer verkauften Aktien. Zumindest diese 12,6% Short-Interest. Wie viele da noch weiter da sind, weitere da sind, die Naked Shorts sind, die quasi ungedeckt sind oder noch quasi synthetischen Aktien entsprechen, wie die Fades to Deliver, die dann auch wieder vom Markt gekauft werden müssen. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Wir gehen mal hier von diesen 12,6% an und das ist ja natürlich auch schon eine ganze Menge, die hier so ein Kurs natürlich schnell nach oben katapultieren könnte. Der Mainstream spricht jetzt auch schon von ja, von, von, ja, einmal, haben wir hier, Moment, gehen wir erstmal hier hin. Und zwar spricht der Mainstream auch jetzt schon von einem Kauf, ist Mullen ein Kauf? Ja, der Bullenfall für die Mullenaktie. Und zwar soll man sich quasi eine winzige Position Mullenaktien ins Depot legen und das ist eigentlich ein Gegen-Mullen, ähm, ja, äh, ja, Website hier quasi, Investor Plays, die, die berichten eigentlich meistens gegen Mullen, muss man wirklich sagen. Und die sind mittlerweile auch der Meinung, man soll sich eine winzige Position Mullenaktien ins Depot legen und sind auch der Meinung, dass hier ein Short-Squeeze kommen könnte und dass das, ähm, ja, dass das auch mit zusammenhängt mit den ganz vielen neuen Good News, die da im Prinzip gekommen sind, mit den ganzen Aufträgen, die Mullen hat und auch die Möglichkeit, die Mullen, Transporter und allem drumherum, daran herzustellen. Ob das Geld natürlich da ist, das wird man sehen, das, das hatte ich ja auch oft genug bezweifelt. Deswegen bin ich immer noch der Ansicht, hier sollte man nur reingehen, wenn man Geld über hat, wo man sagen kann, naja, wenn es dann weg ist, ist es weg. Also hier ist immer noch ein High-Risk-Investment, muss man wirklich sagen. Und das muss sich jeder bewusst sein, der hier reingeht. Aber, äh, an sich selber ist hier natürlich eine gute Chance auch auf hohe Gewinne, aber natürlich auch ein, äh, ein Risiko auf, äh, hohe Verluste natürlich. Es stehen keine Aktien von Mullen mehr zum Lehrverkauf zur Verfügung. Ein Mullen-Squeeze könnte tatsächlich passieren. Da gehen die auch davon aus, dass hier ein Squeeze passieren könnte. Und, ähm, äh, wie gesagt, die sind eigentlich normalerweise immer so ein bisschen dagegen eingestellt, gegen Mullen eingestellt. Aber hier in dem Fall, äh, sind sie doch schon, ähm, ja, doch schon etwas zuversichtlicher. Dann hat sich, äh, Mullen für eine Steuergutschrift qualifiziert für drei Fahrzeuge. Und zwar geht es darum, dass jeder, der dann eins von den Fahrzeugen kauft, bekommt eine Steuergutschrift von 7500 US-Dollar. Was natürlich sehr, sehr positiv ist und den Absatz natürlich steigern wird, weil, äh, wenn man Subventionen vom Staat bekommt, wenn man ein E-Fahrzeug kauft, dann ist es natürlich immer positiv. Das sind im Prinzip, ähm, verschiedene, äh, Fahrzeuge, One and Three von Mullen. Das sind, ähm, diese Fahrzeuge, die sich qualifiziert haben und die dann diese Steuergutschrift bekommen. Was natürlich auch ein sehr, sehr positive News ist. Die habe ich mal im letzten Video auch schon erwähnt, aber da es natürlich viele nicht gesehen haben, weil ich es ja rausgenommen habe, ähm, hier nochmal, äh, erwähnt auf jeden Fall. Gut, das hier war diese Meldung, wo ich letztes Mal darüber gestolpert bin, diese 242% Short Interest. Ähm, hier hat, ähm, auch Frank Netz darüber berichtet, über 100, 125% Short Interest bei Ortex. Also das sind alles Dinge, die, worüber ich dann auch berichtet habe und die sich als falsch herausgestellt haben. Und ich gehe davon aus, das sind die 12,61%. Was natürlich auch enorm viel ist und im Falle eines Impulses natürlich zu einem Short Squeeze, zu einem hohen Short Squeeze führen könnten. Gut, das war's jetzt von meiner Seite aus. Würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn ihr Kanal abonnieren würdet und die Glocke, in der ihr läutet, damit ihr nichts verpasst von Mullen und von anderen Aktien und Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss. Und dann geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020